... Kein Ausdruck, nein! Ah! Guck über meine Schulter, Bruder. Alles klar, Alter! Hilfe! Ich kann dir nicht helfen! Einer verfolgt mich! Hilfe! Renn! 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 Da ist die Tür! Wo ist das mich da ein? Verdammt! Danke! Ich hörte, ihr habt eine feine Bumme! Hi Daniel, da ist der! Was ist das denn für ne Perspektive? Ich seh ja gar nix hier! Pass auf, da kommt einer hoch bei dir! Bei dir ist einer oben! Boah, der! Ich sag schon, da ist einer hochgekommen! Ich hab mir das Lichtschwert geworfen, nicht untergefallen! Oh, das ist auch gut! Ich bin noch am Leben! Ich hab fast so ne Kette, weiß ich! Ich bin schwerer runtergezogen, ne? Ja! Du bist durchsichtig, ne? Ja, wo? So! Ich bin gleich tot, aber! Ja! Ich bin tot! Macht ihr halt Bock? Ja! Okay! Dann sagt halt auch! Ja! 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 Wenn du besser wär, mal irgendwie... Weiß ich, nicht ein bisschen besser wär! Ja! Bisschen erfolgreich! Sobald irgendein Gegner kommt, nicht mehr weg! Ich glaub, die gelbe W stößt gleich uns daheim! Oh, super! Ja! Ich glaub, die Blutmann hat er gut. Na ja, ich hab die Blutmann hat er gut! Oh, mein Gott, wie verplatzieren wir in ihrer Scheiß die Reihe! Ja! 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 Das ist ja unter dem Dach! Ich komm ja gar nicht dazu, irgendjemand zu treffen damit! Wer wird seid ihr eigentlich? Was soll? Oh mein Gott! Was? Was ist denn los? Ich bekomme die ganze Zeit der Level Up! Was? 33, 34, 35, 36... Was? Gar nichts! Was? Was zum Teufel war das? Was zum Teufel? Warum habe ich so viele Levels bekommen? Was weiß ich was du da gemacht hast! Warte! 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 ich hab irgendwie zwei levels 236 und direkt diese dinge ja du hast ja keinen platz mehr warum ist die im boden so eine frau sitzt hier im boden bei mir aber sind unsere leute dann ja wann habe ich aber warum kann er in die gegner von draußen die müssten daran dritten sein aber man schießt mich ganz am stab ab ich glaube mal die tür rein geht nicht warum folgt ja eigentlich drei vier leute das ist für uns zu viel es ist einer ich gehe mal rechts lang irgendwie sehe ich ja nur gelbe leute ich schreibe mal hier auf dem mauer auf ich schreibe mal hier auf dem mauer auf wir müssen hier in rota ja sehr gut machst du dir viele freunde mit ja ich weiß wir haben irgendwo eine fackel gesehen da gehen wir jetzt hin ausgezeichnet geil ewig nicht mehr in dem spiel gewesen und direkt gerade hartes ran lauf poni bei zwölf ausdauer findest dir dann viel überhaupt noch ja gut also nee eigentlich nicht aber ich habe es gerade gefühlt hat ja das ist gut ich würde schon sagen wir passen da schon wieder soll gluten sehr gut ist nicht eine quest irgendwo in der nähe ne die kommt erst wenn wir hier fertig sind ja genau ja so ist das edidas torheit oh geil da geht es um idioten jetzt bin wir voll auf der fresse weil wir irgendwie alles voll falsch verzeiht ja das glaube ich auch ich bin mir da nicht ganz sicher ob das richtig war da da hat nen Namen Buckig ja was ist das das sieht aus wie ein Dämon was ist das ich kann es mal an he es ist tot he ist der oder ist in der schweizerie o o o o o o da wird schon wieder gehört shitstorm losgelassen in den chats ey idiots are racists it's bad for me to to try to avoid contact with idiots Was? Russland ist weniger als Deutschland plus Frank. Scheiße, Mann, sind wir verhasst, ey. Ich schreib mal da rein Nazi-Power. Halt, keine Angst, mach ich nicht. Das ist mir doch egal, ob du das da rein schreibst. Ich sag das einfach, ich kenn den nicht. Ich hab das Tunox, weiß ich nicht. Daniel ULP YouTube Channel Nazi Support 2017. Nein, komm weiter. Weil mich will so tun, als würde ich nicht kennen und schreib direkt nach deiner Nachricht so in den Chat rein. Ich kenn den nicht. Wie sieht denn der aus? Der sieht ja aus wie du, nur mit schwuleren Haaren. Was? Die hat die selbe Fresse wie der hier. Der komische Legolas. Ich kann ja sagen. Deine Haare sind bezaubernd. Wenn auch so wellende Haare haben. Wenn der reitet, wird sein Haar nur im Wind. Was steigst du in der ersten Abo-Klasse? Ich hab doch eh gedrückt bei der Hand. Du hast eh gedrückt, ey. Na jo, I need to take a shit. Da, wo sie immer stehen geblieben. Was weiß ich, ey. Bei dem Typ mit den langen Haaren. Was weiß ich, der hat hier doch zweifelt. Wie sich das Feld aufgelöst hat. Ich muss mit euch reden. Wo soll der mit uns heute schon sagen? Wo denn jetzt her? Der war in unserer Tasche, denn? Der kann so schnell rennen wie die Pferde. Wofür haben wir die Fiecher überhaupt? Da ist schon wieder ein Bär. Wir sollen die gegen die Einsätze irgendwie so um die Obehe. Sind die die Spur des Bösen, oder was? Soll ich jetzt auf dem reiten, oder? Soll ich jetzt auf dem reiten, oder was? Soll ich jetzt auf dem reiten, oder was? Soll ich jetzt auf dem reiten von so einem guten Kreuz?